Fast 18 Monate führt Russland Krieg gegen die Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen an mit sehr guten Nachrichten für die ukrainische Armee. Nach zwei Wochen schwerer Kämpfe ist es ukrainischen Truppen endlich gelungen, den kleinen Ort Urushain einzunehmen von russischen Soldaten. Dieser Ort wurde extrem verteidigt. Wir haben dort hunderte Tote auf beiden Seiten gesehen, mehrere russischen Armeen, Fallschirm-Landetruppen, als auch die 36. russische Armee aus Ulan-Ude im Osten des Landes haben diese einen kleinen Ort gehalten. Denn er ist strategisch extrem wichtig. Er ist auf dem Weg nach Mariupol. Und Mariupol, wir wissen es seit Mai letzten Jahres unter russischer Kontrolle, ist eines der großen Ziele der Ukrainer, um eben ans Asowsche Meer zu kommen, um nach Süden zu kommen und die Russen voneinander abzuschneiden im Osten und im Süden des Landes. Das ist insofern ein extrem wichtiger Schlag, der den Ukrainern hier gelungen ist. Es gab, wie gesagt, viele Tote auf beiden Seiten. Wir schauen uns gleich noch verschiedene Videos an, die das auch belegen. Jetzt ist es aber endlich so, dass die Ukrainer hier in den Nordteil von Urushain eindringen und nach unseren Informationen mittlerweile auch das gesamte Dorf unter ihrer Kontrolle haben. Wir schauen uns das Ganze ganz kurz auf der Karte gleich an, um zu verstehen, warum das so wichtig ist. Erst mal hier, wie gesagt, Ukrainer, die feiern, die jetzt eben auch, wir sehen es hier, auch ganz gut zu sehen, eine BMD der russischen Armee mit dem V hier drauf. Das ist also eine der Einsatzgruppen, und zwar nicht von der russischen Armee, sondern eben von den Luftlandetruppen der 40. Luftlandebrigade, die diesen Ort lange verteidigt haben, der also hier verlassen wurde und zerstört wurde. Und die Ukrainer, wie gesagt, bisher im Norden des Dorfes, haben wir verschiedene Bilder. Wir haben noch keine Bilder aus dem Zentrum des Dorfes. Wir können aber gleich sagen und zeigen, warum wir uns ganz sicher sind, dass die Russen hier abgezogen sind. Wir schauen uns das einfach mal sofort an. Das hier sind Aufnahmen, die die ukrainische Armee heute veröffentlicht hat. Ziemlich harte Aufnahmen. Wir sehen hier eine Straße südlich von Urushain und hier geht es lang nach Süden. Und wir sehen, wie die ganzen Soldaten, die wir hier sehen, sich auch auf dieser Straße bewegen. Wir sehen hier diese ganzen kleinen schwarzen Punkte. Das sind russische Soldaten, die sich dahin bewegen. Also ungefähr 50, 70 Mann. Und wir sehen aber jetzt, wie die Ukrainer diesen Rückzug, den russischen, hier bombardieren. Zuerst mit regulärer Artillerie. Wir sehen den ersten Einschlag links der Straße. Also das Ganze ja, wie gesagt, nach Süden geht, also auf der östlichen Seite der Straße. Die ukrainische Artillerie korrigiert dann aber und trifft als nächstes eben die Straße direkt und trifft hier die russischen Soldaten. Und interessanterweise ist es so, dass die Ukrainer bisher dann immer gesagt haben, okay, die Russen rennen jetzt von der Straße runter, die gehen jetzt hier in die Wälder, da können wir nichts machen. Jetzt hat aber die ukrainische Armee eben die Streumunition erhalten aus den USA und anderen Ländern und kann jetzt, wir sehen das gleich in einem zweiten Video, den Wald rechts davon, also den Wald, wo die Russen hier reingeflüchtet sind, eben mit Streumunition angreifen und damit dann zu weiteren Verlusten auf russischer Seite führen. Wir sehen das jetzt gleich im Video. Jetzt sehen wir es, wie dort der Einschlag ist, der Streumunition. Und es ist dieses altbekannte Bild. Wir sehen hier überall die Einschläge. Das heißt, während wir eben, sage ich mal, einen Einschlag vielleicht hier hatten, haben wir jetzt ein ziemlich großes Feld von 50 bis 100 Meter Durchmesser, was eben von der Streumunition getroffen wird. Und wir sehen, dass eben der Wald, wo die Russen eben hinten geflüchtet sind, dort getroffen wird. Das ziemlich verheerende Aufnahmen auf jeden Fall für die russische Armee. Aber wir sehen uns auch überhaupt noch mal das Video an, um zu verstehen, welche Panik da denn herrscht. Denn wir haben hier Leute, die ohne gepanzerte Fahrzeuge Hals über Kopf flüchten müssen. Offenbar haben die Russen bis zuletzt versucht, diesen Ort zu halten. Und eben dort auch Fuß zu fassen. Allerdings ist es eben so, dass sie jetzt eben sich zurückgezogen haben, die Straße nutzen müssen, dort keine Unterstützung haben. Und auf der Straße eben angegriffen wurden, südlich von Urushaini. Das also Aufnahmen von, wie wir gehört haben, gestern. Von einem Tag davor haben wir weitere Aufnahmen eben aus dem Dorf selber. Wo wir noch mal sehen, wie dort die Schlacht nämlich stattgefunden hat. Was hier zu sehen ist, ist ein ukrainischer Panzer, und zwar hier vorne, der in den Norden von Urushaini eingedrungen ist. Und der schießt jetzt hier auf die russischen Ziele. Das heißt, wir haben hier noch den Süden des Dorfes, der noch unter russischer Kontrolle ist. Unter russischer Kontrolle stand also noch bis vor kurzem. Wir sehen auch, das sind größere Häuser, die da sind. Und das ist eben das Zentrum. Diese Aufnahmen scheinen also zwei bis drei Tage alt zu sein. Wir sehen aber, wie der ukrainische Panzer sich weiter fortbewegt und eben die Russen im Zentrum von Urushaini angreift. Das Ganze, wie gesagt, für die Ukrainer ein sehr großer Erfolg. Die haben dort seit Wochen alles getan, um diesen Ort einzunehmen. Und noch mal, es ist nur ein sehr kleiner Ort. Aber den Effekt, den seine Befreiung hat auf die russische Armee, der ist mal wieder verheerend. Wir haben heute Morgen das Phänomen, dass sich die Russen gegenseitig beschuldigen, dass sie sich gegenseitig Alkoholkonsum vorwerfen, dass sie sich gegenseitig Flucht vorwerfen, dass sie sich gegenseitig vorwerfen. Und zwar die 40. Luftlandebrigade, die wir gesehen haben, die da gekämpft hat und eine freiwillige Bataillon, die werfen der 36. Armee vor, aus dem fernen Osten sich dort zurückgezogen zu haben. Eben mit der Ausrede, so wie sie es sagen, mit der Ausrede, die Panzer würden zerstört, sobald sie an sie Front fahren. Tatsächlich sei es Alkohol und die Leute würden sich hinter der Front ausruhen. Das ist natürlich starker Tobak und wahrscheinlich steht die Realität dahinter, dass die Ukrainer eben, wir haben es eben an dem einen BMD-Schützenpanzer dort gesehen, dass die Ukrainer eben extrem starke Artillerie haben. Wir sehen das auch immer wieder hier und mit ihren eigenen Panzern eben es geschafft haben, mit sehr hohem Aufwand an Material und auch an Menschen, dieses Dorf schließlich einzunehmen und die Russen hier zu vertreiben. Wie gesagt, die Russen heute Morgen in Panik, die Russen in gegenseitiger Beschuldigung. Jeder sagt, der andere sei dran, Schuld eben am Rückzug. Offenbar gibt es hier starke Probleme, was eben den Zusammenhalt angeht innerhalb der russischen Armee. Und man hat natürlich jetzt auch Angst, wen der Kreml, wen das Verteidigungsministerium verantwortlich macht für diesen Rückzug, den wir uns jetzt noch einmal auf der Karte ansehen, um zu verstehen, wie wichtig das Ganze hier ist. Urushaine, wie gesagt, ein kleiner Ort, etwa hier südlich von Velika-Novosilka. Und wir sehen, das ist einer der beiden Orte, wo die Ukrainer eben versuchen, seit Wochen vorzudringen, nämlich seit zehn Wochen mittlerweile. So lange geht die Gegenoffensive schon. Und zwar eben, das ist Urushaine an der Straße in Richtung Mariupol. Mariupol, also hier unten, noch etwa 120, 130 Kilometer entfernt. Aber die Russen haben eben die Verteidigung, die Hauptverteidigungslinie etwa hier aufgebaut. Und da müssen die Ukrainer durchstoßen. Und da ist eben jedes Dorf extrem wichtig, weshalb die Russen eben auch daran so lange festhalten. Urushaine, einer der beiden Orte, wo die ukrainische Offensive eben lang geht. Der zweite ist Robotüne. Robotüne schauen wir uns jetzt mal an, auch hier erstmal auf der Karte. Robotüne ja hier am unteren Rand dieses grauen Bereiches, wie man es nennt. Also eben zwischen dem blauen und dem roten, die graue Zone, die eben, wo gekämpft wird, die nicht unter fester Kontrolle ist, beider Seiten. Und auch dort haben wir heute sehr positive Nachrichten für die Ukraine, dass eben ukrainische Einheiten dort nach russischen Angaben zumindest sowohl im Nordosten als auch im Westen von Robotüne vordringen und eben immer näher kommen und dieser Ort vielleicht bald verlassen werden muss von den Russen. Noch ist es nicht so weit. Wir schauen uns Aufnahmen aus Robotüne an, die einmal zeigen, und zwar ziemlich dramatisch sehen, wie zeigen, wie nur 300 Meter östlich des Dorfes hier die Besatzung eines Leopard 2 A4, also aus deutscher Produktion, evakuiert wird von einem anderen Fahrzeug, nämlich einem Bradley-Schützenpanzer aus den USA, den wir hier sehen. Da ist also der Bradley, der ist hier rangekommen und wir sehen jetzt hier vorne den Leopard 2 A4, der kampfunfähig geschossen wurde oder zumindest bewegungsunfähig geschossen wurde. Und wir sehen jetzt zahlreiche ukrainische Soldaten, die sich dahinter verstecken. Einige von denen scheinen auch verletzt zu sein. Und was wir eben sehen ist, dass jetzt gleich die Evakuierung stattfindet, dass also der Bradley extra gekommen ist, dass dort Mediziner drin sind, die eben die verletzten Soldaten hier rausbringen aus dieser roten Zone, wo sie also in extremer Gefahr sind, von den Russen eben beschossen zu werden. Es gibt auch verschiedene Aufnahmen, auch von russischer Seite, wie man sieht, dass diese Position, dass auch diese Evakuierung hier beschossen wurde, dass es auch da wahrscheinlich auch Verletze gegeben hat auf ukrainischer Seite. Wir haben mittlerweile auch aus dieser Position, die man hier sieht, wie gesagt nur 300 Meter östlich von Robothüne, verschiedene Aufnahmen, die darauf hindeuten, dass es hier doch eine permanente Position ist. Dass das also dieser Leopard 2A4, wahrscheinlich aus Polen geliefert, dass der eben sehr, sehr nah rangefahren ist und dass es dort eben eine Frontposition war, wo also wirklich nur 300 Meter entfernt von dem Dorf sich russische und ukrainische Truppen gegenüber gestanden haben oder auch noch heute gegenüberstehen. Und auch deshalb die Russen ja eben so negativ über den Ausgang der Kämpfe dort, weil sie eben sagen, sie sind sehr nah dran, die Ukrainer sind sehr nah an unserem Dorf dran. Wir sehen jetzt hier, wie der Bradley abfährt und wir schauen uns noch einmal kurz am Anfang die Szene an, um zu verstehen, wie kaputt hier alles ist. Wenn wir hatten hier früher überall Waldlichtung, das Ganze war auch ein Waldgebiet, und wir sehen aber mittlerweile, dass eben, vielleicht sieht man das da oben so ein bisschen, dass eben wirklich nicht mehr viel da ist, was von den Bäumen noch übrig geblieben ist. Da oben sehen wir, sind bloß noch die einzelnen Äste. Die Artillerie ist hier sehr stark von beiden Seiten, hier natürlich vor allem von russischer Seite und hat dort alles völlig zerstört. Das heißt, die Ukrainer nutzen diesen liegen gebiegenden Panzer als Deckung und nutzen eben die Gräben außenrum als Deckung, um eben dort Fuß zu fassen und um dort sehr nah dran an Robotyna, an den ersten Häusern des Dorfes dort eben längere Zeit zu bleiben. Und so sieht so ein Medivac dann eben aus. Hier also der Bradley, der dort rangefahren ist und dann gleich wieder auch unter schwerem Feuer abfährt. Und hier haben wir diese riesigen Krater daneben und sehen wir nochmal, das ist übrig geblieben von den Wäldern in Saporizha. Also in den Wäldern dort wird wirklich gekämpft. Und das Ganze ist ja, wie gesagt, ziemlich, ja, ziemlich eine schwierige Situation, von der wir eben gehört haben, dass sie sich auch zugunsten der Ukraine langsam wendet und wie diese Bilder aber beweisen, unter extremen Kosten für die Ukraine, was eben auch natürlich ihre Soldaten angeht. Soviel zum Thema direkte Konfrontation zwischen Russen und Ukrainern. Wir schauen uns weitere Aufnahmen an. Einmal aus dem, auch aus dem Süden des Landes, wenn ich mich nicht urgenau, aus der Region Saporizha und sehen hier nochmal, wie die, nehme ich da, auch sehr interessante Aufnahmen. Was wir hier sehen, sind zwei russische BM-21-Grad-Systeme. Das heißt, Grad-Systeme, das sind Raketenwerfer, die etwa 20 Kilometer weit in die Richtung ihre Raketen abfeuern. Die haben beide in den Wald reingefahren, in so eine Stellung. Und was wir jetzt aber sehen, und das ist wirklich sehr interessant, ist, dass die Ukrainer Streumunition eben nicht nur einsetzen gegen Truppenverbände der Russen, sondern wir sehen jetzt, genau, wir sehen vielleicht, wenn man ganz genau hinguckt, hier also den Moment, in dem in einem gewissen Umkreis, und zwar hier jetzt gleich die Streumunition einschlägt und nur wenige dieser kleinen Bomblitz, dieser wirklich kleinen Munitionsteile, treffen dann auch den BM-21. Jetzt sehen wir die Explosion, die klein, und jetzt sehen wir die große. Da ist also der BM-21 der Raketenwerfer aus sowjetischer Produktion, der hier getroffen wird und völlig zerstört wird, was eben die Ukrainer, ja, was eben zeigt, dass die Ukrainer die Streumunition eben nicht nur gegen feindliche Soldaten einsetzen, sondern auch gegen feindliche Stellung. Hier sehen wir dieses riesige Loch im Wald, was dann da entstanden ist. Und wir können noch mal ganz kurz gucken. Hier also stand der eine BM-21, hier stand der zweite. Der ist weggefahren, der hat es gerade noch so geschafft, da rauszukommen. Aber der erste ist eben durch diese Mega-Explosion einfach vom Erdboden verschwunden, höchstwahrscheinlich natürlich auch inklusive seiner Besatzung. Das ist also die Situation im Süden des Landes, in der Region Saporizha. Wir wollen uns aber auch noch die Situation im Osten angucken, und zwar bei Avdivka. Bei Avdivka haben die Russen versucht, ein weiteres Mal mit ihrem sogenannten Terminator, mit dem Infanterieunterstützungsfahrzeug Terminator, eben Boden zu gewinnen und eben diese angebliche Superwaffe, diese angeblichen Superschützenpanzer hier einzusetzen. Allerdings mit weniger guten Folgen für sie. Hier sieht man, wie der Terminator im Einsatz ist. Der ist sehr besonders zu erkennen, weil er eben diesen riesigen Turm obendrauf hat, mit den verschiedenen Waffen, die hier in verschiedene Richtungen auch gefeuert werden können und theoretisch eben gegen Flugzeuge, gegen Panzer, gegen Infanterie und so weiter eingesetzt werden können. Offenbar aber nicht eingesetzt werden können sie gegen kleine Drohnen, die angreifen. Nämlich hier sehen wir es, der Terminator also da vorne beim Feuern und die kleine Drohne der ukrainischen Armee mit ihrer Granate fliegt von oben rauf. Wir haben ja seinen ersten Treffer, dann haben wir gleich einen zweiten Treffer und sehen wie der Terminator jetzt, auch übrigens hier ganz interessant, nach dem Einschlag sehen wir, wie die russische Besatzung sich in Sicherheit bringt. Und da oben sehen wir alle Soldaten, die also drin waren, hier der qualmende Terminator und die verlassen das lieber, um da nicht, wenn die Munition explodiert, dann eben noch in der Nähe des Fahrzeuges zu sein. Hier sehen wir ihn also jetzt qualmen und jetzt ist ganz interessant, dass wir die Situation haben, dass ein T-80-Hauptkampfpanzer der Russen versucht hat, das abzuschleppen und die Ukrainer aber wieder drüber waren und noch einmal jetzt den T-80 angegriffen haben. Das heißt, auch die Evakuierungsmaßnahmen, die hier durchgeführt wurden durch die russische Armee bei Avdivka, wurden noch einmal mehrfach von ukrainischer Seite angegriffen, um dann eben, und jetzt sehen wir es, sowohl den T-80 hier vorne mit seinem Panzer da oben gegen Drohnen eigentlich, man sieht also, wie überhaupt nicht die funktionieren, und den Terminator-Schützenpanzer sowohl, also beide eben noch einmal zu beschädigen. Das ist also das Problem für die beiden. Wir sehen jetzt hier noch einen weiteren Angriff darauf. Auch da, Sekunde vorher anhalten, auch da noch mal zu sehen, wie eben hier vorne der T-80 ist, da der Terminator, die beiden sind aneinander festgemacht und die Ukrainer greifen immer wieder das Ganze an, um eben einfach sicher zu gehen, dass es keine Reparatur gibt, dass nicht die Russen ein, zwei Tage, vielleicht ein, zwei Wochen brauchen und danach eben wiederkommen mit diesen beiden Fahrzeugen, sondern eben, um die beiden wirklich aus dem Befecht zu nehmen und aus dem Spiel zu nehmen, wenn man so möchte. Als letztes schauen wir noch uns an Aufnahmen der ukrainischen Armee, und zwar von einem ganz bestimmten und einem ganz besonderen Artillerie-Geschütz. Was wir hier sehen, ist die sogenannte Bohdana. Das ist ein ukrainisches Artillerie-Geschütz, was im Gegensatz zu vielen anderen nicht nach sowjetischen Standards, also 152 Millimeter, sondern nach NATO-Standards, 155 Millimeter schießt. Und eigentlich ist die Bohdana immer auf einem eigenen Fahrzeug der Ukraine gewesen. Hier sehen wir es erst mal allerdings auf einem tschechischen Tatra, also auf einem Tatra-Lkw, der eben diese Bohdana relativ schnell bewegt. Wir sehen auch, dass sie hier beladen wird, eben zuerst mit der Granate und gleich mit der Treibladung, hier in ganz interessanter Farbe. Und die Ukrainer eben hiermit schnell, also diese Shoot-and-Scoot machen, die gehen ran an die Front, sie schießen damit und danach fahren sie schnell wieder weg. Und hier eben ganz gut zu sehen, erstmals, soweit ich weiß, ist eben die Bohdana, also das erste ukrainische Artillerie-Geschütz nach NATO-Standard, hier auf ein NATO-Fahrzeug auch gebaut worden. Und das Ganze ist wohl eine Rüstungskooperation zwischen tschechischen und ukrainischen Firmen, die letztes Jahr beschlossen wurde und jetzt zum ersten Mal eben ihre Früchte zeigt. Wir sehen also, die Ukrainer verlassen sich nicht weiter auf die sowjetische Technik, sondern wollen im Laufe der Zeit, im Laufe der nächsten Monate und Jahre eben es schaffen, komplett auf NATO-Standards zu gehen, auch was die Kaliber ihrer Munition angeht. Und mit dieser Bohdana, es ist wohl erst die vierte überhaupt, die existiert in dieser Art, sind sie da auch auf einem guten Weg. Und mit dieser Bibliothek Vielen Dank.